Aus meiner Sicht geht es schon in der Perspektive unbedingt um einen Vollbeitritt zum Schengenraum und das halte ich auch für richtig. Also, was wir hier machen können, ist ja nur unsere gemeinsame Haltung versichern und die ist die gleiche. Wir wollen, dass Rumänien dem Schengenraum beitreten kann. Das ist, wenn ich das sagen darf, auch eine Frage der Gerechtigkeit, denn wir haben darauf bestanden, dass die Voraussetzungen und Kriterien dafür erfüllt sein müssen und alle Berichte, die wir haben, sind, dass die Voraussetzungen und Kriterien erfüllt sind, dann muss das auch eine Konsequenz haben.